Griechische Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein und wenn ich daran traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Hätten Sie einmal Lust, jemand etwas vorzulesen, dann kommen Sie am 24. November beiseite in die Straße, die Gelegenheit dazu. Um 20 Uhr und um 21.30 Uhr bietet das Restaurant Le Palais am Marktplatz 16 eine offene Leserbühne für spontane Vorleser. Mit freundlicher Grüße, Dimitri. Prost!